Weihnachtsflair zugunsten hilfsbedürftiger Kinder. Zu einem stimmungsvollen Adventkonzert lädt die Oberbank und öffnet damit die Herzen für den guten Zweck. Der Reinerlös geht an die Schützlinge des SOS-Kinderdorfs in Oberösterreich. Unter der Leitung von Elisabeth Fuchs verzaubert die Philharmonie Salzburg das Publikum mit harmonischen Klängen. Mit Weihnachtssongs aus Pop und Klassik begleiten Monika Ballwein und Andi Gabauer das Orchester. Die Weihnachtsvorfreude ist durch das gelungene Konzert gesichert und der ein oder andere Ohrwurm bestimmt auch.